glück auf und hallo zu einem weiteren teil combat mission fortress italy room to victory mein name ist tim oder auch headbreaker und ich begrüße euch ganz herzlich ja teil vier und ich habe gleich einen kleinen disclaimer vorweg zu geben tatsächlich wollte ich heute die videos endlich fertig schneiden und dabei ist mir ein fehler in part 4 aufgefallen nun bewegt sich das bild über die ganze mission nicht das ist sehr schade weil dadurch geht jetzt ein teil der mission stimmung verloren denn ich werde jetzt ab part 4 die sachen noch mal neu aufnehmen ich möchte euch aber nichts vorspielen das heißt ich weiß von bestimmten gebäuden aus dem kopf leider noch wie diese besetzt sind bedeutet wundert euch nicht ich sage ja da sitzt er drin und da sitzt er denn ich werde natürlich versuchen trotzdem taktisch korrekt an die sache ranzugehen aber ich möchte jetzt einfach nichts vorspielen ich weiß das ganze ich muss diese parts noch mal neu aufnehmen ich hoffe ihr vergebt mir nichtsdestotrotz finde ich ist das eine sehr spannende mission und auch wenn sie am ende etwas leichter war als erwartet denke ich ist sie auf jeden fall spielenswert ich würde sagen damit jumpen wir auch gleich ins spiel rein und ich gebe einen kurzen überblick wo wir gerade stehen und was jetzt ist und da sind wir auch schon wieder was soll ich sagen ein wenig erinnere ich mich noch aber tatsächlich alles weiß ich auch nicht mehr weil wir selber wieder so ein bisschen überblick wir haben also hier die thomasso farmen und die normen ritchie farm ist genommen unser spiel trupp ist auf dem weg hier hoch und ja unser anders spiel trupp hier unter mc williams ist dabei an dieses gebäude vorzugehen und sie ist es auszusperren hier ziehen wir elemente nach und ziehen hier den tank destroyer nach diesen können wir jetzt auch schon nachziehen ups denn hier in der ritchie farm sind wir dran er hat ja hier das alles einmal abgeflammt und wenn ich mir nicht irre habe ich dann hier meinen schuss reingesetzt und darauf hingegen geht ziemlich die party ab das werden wir dieses mal wieder tun und werden uns erst einmal langsam weiter vortasten ja co elemente das ist hier unser schütze okay das thema nach ich habe also eigentlich schon die meisten befehle in der letzten runde gegeben da würde ich sagen dann lassen wir diese runde erst noch einmal ausspielen ja 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 genau das ist so alles passiert und dann bin ich mir ziemlich sicher ich seinerzeit ihn hier noch weiter vorgezogen zusammen mit dem brands weil die dinger ja räumt beziehungsweise geklärt waren aber so kräftig immer wieder meine elemente ihr zuvor schoben und dann letztendlich hier einmal war ein schuss ins gebäude zu flanken und die sind im heid die sind ready das heißt wir lassen genau mal langsam daran wieder in heid ich weiß noch so ein paar gebäude die feind besetzt waren tatsächlich das ist tatsächlich kann ich das auch jetzt nicht ungeschehen machen also das weiß ich weiß dass dieses gebäude besetzt ist ich glaube hier ist es nicht in dem gebäude sondern im freien feld weiß ich das noch und dieses da bin ich mir noch ganz sicher er hat sich festgefahren bei dem teil der kaputte ist da weiß ich auf jeden fall ich am ende kein fahrzeug dich fest waren verloren aber was ich euch anbieten kann da gerne auch das feedback dass ich die teile jetzt quasi nachteil vier kommen sind soweit ich das gesehen habe in ordnung weil ich da halt eine neue session angefangen hatte das ist tatsächlich beim letzten teil der ersten session kaputt gegangen sich anbieten kann damit man aussieht dass ich jetzt das wirklich schon einmal blind durchgespielt habe dass ich die einfach auch einmal quasi als alternative ending oder so hochladen das wäre eine möglichkeit die ich anbieten könnte ich trotzdem mal so ein bisschen auf unsere abstände aufpassen ja wieder ein bisschen ordnung second section die haben wir hier das section wenn ihre kollegen draußen mal versorgen der rest von der section der es hier die schicken vor ich festgefahren muss nicht so prückeln dass er hier über die kreuzung fährt ist auch nicht so toll weil die könnte man natürlich super vermieden in einem gebäude daran wir horchen da noch ein bisschen und dann würden wir sagen wenn der da vorne ist schließen oder einfach freundlichen gruß rein natürlich heftig wenn der sich fest wird weil der ein großteil der munition dabei hat also das würde das spiel schon abändern das würde mir tatsächlich auch gut wehtun ausgerechnet auf der straße hat er sich jetzt gefahren aber er fährt wieder da werde ich jetzt gleich von der straße runter ziehen müssen da das ist natürlich doof wir wissen ja von ihnen ich habe tatsächlich nicht mehr im kopf wo die minen lagen deswegen ich könnte euch jetzt auch nicht sagen ganz ehrlich sagen die die straße ist zumeist ich weiß es nicht ganz sicher ich nicht sagen der grund warum ich das jetzt hier nochmal mache ist dass ich hoffe dass sie denselben effekt wieder bekommen weil wir haben da dann ziemlich ein ziemliches theater gehabt und haben so ein richtig schönes zeichen wie man mit so einem kleinen schuss dann aufmerksamkeit generieren kann gehen wir haben diesmal war tatsächlich einen mann verloren das ist nicht so gut beim letzten machen wir das nicht gerade der effekt war nicht ganz derselbe wenn das das letzte mal passiert ist es das ja so halb der effekt ist es ist für uns blutiger diesmal jetzt schon kann ich sagen deutlich blutiger also was jetzt hier passiert ist also was jetzt Das war's für heute. So, wir gucken uns das Ganze nochmal an und also so, wir hatten das letzte Mal einen besseren Effekt. Und zwar haben wir hier oben ein Maschinengewehr im ersten Stock ausgeschaltet, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so wirklich. Daraufhin hat sich hier ein Maschinengewehr aus dem Erdgeschoss gemeldet und das Maschinengewehr von hier drüben. Und das führte dann dazu, dass hier relativ schnell, aber mit unglaublichem Einsatz von Feuer... Genau, das hat das letzte Mal sich auch gemeldet, weil das im ersten Stock da bereits ausgeschaltet war. Das kann jetzt auch der Fall gewesen sein. Das ist nicht ausgeschaltet, aber wir haben jetzt erstmal den Schützen erwischt. So eine ähnliche Situation hatten wir dann auch, bloß, dass die instant mit hochkamen und ohne hier einen Verlust zu machen von allen Brandcarriern und dem Tank Destroyer getroffen wurden. Und wie gesagt, wir hatten hier keine Auswahl, das heißt, wir haben jetzt bei dem Feuergefecht, wo wir damals gar keinen Ausfall hatten, tatsächlich keinen Ausfall. Tatsächlich schon zwei Ausfälle mehr. Wir müssen jetzt die Situation relativ schnell unter Kontrolle bringen. wie das hier drüben aussah, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Aber gut. Wir haben noch einen Ausfall kassiert. Er hatte sich wieder festgefahren. Aber wir sehen, hier wurde jetzt dann doch relativ schnell noch Feuer aufgebracht. Mg ist noch nicht ausgeschaltet. Wir können uns das ja mal angucken und hier haben wir jetzt Pech, dass der Tank Destroyer leider ein bisschen zu lange braucht, sag ich jetzt mal. Zu lange für den Kameraden, der da leider hops geht. was das weiß ich nicht. Und das weiß ich nicht, wenn das nicht mehr dabei ist, wir haben aber auch die Ich habe auch nicht gesehen, wie viele Menschen die, die sind die erst keine Oh, oh, oh. Gut. Also wir sehen, wir haben jetzt hier doch gut geblutet. Na, also es ist nicht so ideal gelaufen wie das letzte Mal, aber so ist es normal im Leben. Ich weiß nicht, ob dieses Gebäude besetzt wird, weil ich habe das das letzte Mal einfach gleich abgeflammt. Ich habe die beiden Gebäude hier abgeflammt. Ähm, einfach weil ich gesagt habe, das ist mir hier drüben ohne großartige Infanterieunterstützung einfach zu heikel. Diese hier haben sich letztes Mal deutlich länger gewehrt. Ich habe sie dann trotzdem Sicherheit selber abgeflammt. Eigentlich denke ich brauche ich das hier nicht. Aber wie wir alle wissen, Vorsicht ist die Mutter Porzellankiste und wir machen es trotzdem. Also letztes Mal war es tatsächlich so, dass sie hier quasi durchgehalten haben. Bis ich da tatsächlich mit dem Flammenfahrzeug herangekommen bin. Dann war es natürlich um die Deutschen in dem Gebäude geschehen. Da flanken wir zwei bis drei Mal rein. Wir müssen die jetzt hier entlasten. Second Section zieht auf. First Section zieht auf. Können wir von hierher kaum unterstützen. Und wir bringen das HQ ran, um Moral zu supporten. Umbringend vor allem auch unsere Mörser ran. Die haben ihre ihre Verwundeten aufgenommen. Hier späle Element ist dort drüben. Das kriegen wir jetzt so schnell nicht ran. Dann aber gehen wir vor an den Wall und ziehen alle Elemente nach. Wir werden da noch einen freundlichen Gruß reinschicken und dann mit der Infanterie vor. Allerdings mit einigen, die nicht so geschockt sind. Das ist nicht wahr. Ja, schön, noch einen Treffer von denen kassiert, weil die hier wirklich noch nicht platt sind. Aber jetzt sind sie es gleich. Und wir sind so weit. Pause hier verlängern wir nochmal und verlängern auch das Feuern darauf. Und werden dann dieses Gebäude noch einmal Das gucken wir uns gleich an. Ein Flammensitz. Sie haben also hier jetzt echt gut Probleme bekommen. Ja, also selbst wenn man die Lage kennt oder grob kennt, geht man nicht immer so positiv hervor. Ja. Hier hören nichts und ich hab's Ops. 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 Als nächstes hätte ich meinen freundlichen Gruß in dieses und dieses Gebäude reinschicken, aber erst wenn die in Position sind und ich da drüben entlastet habe, also so in ein oder zwei Zügen. Gucken wir uns das Ganze in der Totalen an, damit wir nichts verpassen. ... ... ... ... ... ... ... es ist witzig es hält man mir neuen spielstand gegeben so viel festgefahren und ausfälle naja nichts großartig passiert und dann geht das voran sie kümmern sich um ihre ausfälle die sind dabei geben wir dem noch einmal die flammen möglichkeit und dann sind die die zuerst auf diesen vorgehen wohl die können schon dahin per sturm die sind ja gedeckt akku element sieht nach maser zieht nach hier die totale hier 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 Okie dokie. Nichts so spannendes passiert. Hier haben wir gut abgefackelt. Ich denke den ziehen wir zurück. Oder lassen wir zurückfallen. Die sind nervös, die sind vorsichtig, die sind okay. Dann nehmen wir die Pausen weg. Die sollen sich da zusammenfinden und dann das Gebäude nehmen. Die sind dabei vorzugehen. Die haben den ersten Teil gesichert. Dann fahren wir auf diesen Bereich zu. Ah, der ist festgefahren. Ehrlich. Erstmal da rein, dann rein das, weil da weiß ich auch nicht. Ja, diesmal habe ich das auch nicht so positiv für mich. Was soll's. Was soll's. Nächste sind denen mal freundlich. Da haben wir Supporten mit denen. Moral beim Gegner niedermachen. Können diesmal ja anders vorgehen. Beim letzten Mal habe ich hier quasi einen Haken geschlagen und bin von hier oben dann hier runter. Ich will ja diesmal ganz brechial von hier darüber und dann hier zusammen rüber gehen. Ja. So wird's. ... ... ... ... Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bei dem Video, wenn ihr noch mehr sehen wollt, findet ihr wie immer hier oben und dort unten weiteren Content. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, den Kanal abonniert und wenn ihr dann auch immer informiert sein wollt, wenn neue Videos kommen, dann klickt die Glocke. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß mit Combat Mission und anderen Wargames. Bis denn dann, bleibt gesund. Ich wünsche euch was.